Soll ich dich angucken oder die Kamera? Hm, die Kamera. Hi, ich bin Evi und ich wohne in der Miroslav-Higie und ich bin 19 Jahre alt. Jona. Also, ich bin Danny Döck, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Detmort. Okay, Evi, willst du uns teilhaben lassen an einem besonders coolen Erlebnis in der Miroslav-WG? Was ich ziemlich cool fand, war, mit Jenny und Caro im Regen unsere Haare zu waschen. Das hat mega gegossen. Und dann sind wir nach draußen gegangen und haben unsere Haare gewaschen. Das war echt ziemlich cool. Okay, Jenny, wenn du auf das Jahr FSJ zurückschaust, was siehst du dann? Hm, also zum einen sehe ich dann erstmal unsere, ja, Zeit, wo wir einfach gemeinsam gesungen haben, zusammen, ja, Gott angebetet haben, was wir ja schon gemacht haben zusammen. Also, erstens singen so in der Gemeinschaft hat mir voll gut gefallen. Singen? Ja, ich bin Melinda, ich bin 18 Jahre alt und meine Hobbys sind Lesen, Reiten, Schwimmen, Freunde treffen. Und jetzt? Ja? Ja? Anfang zu reden, ja. Also, ich habe Jona ganz auf die Haare geschnitten. Hi, ich bin die Vicky, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin ein FSJ und meine Hobbys sind Lesen, Schreiben, Reiten und Freunde treffen. Hi, ich bin Jona, ich bin 18 und meine Hobbys sind ebenfalls Reiten, Schwimmen, Freunde treffen. Ja, hallo, ich heiße Anja, ich bin 20 Jahre alt. Und was ich auch sehr cool fand, dass wir sehr durchgeknallt sind und so, ja, unsere Dance Night fand ich auch ziemlich cool, hat ziemlich Spaß gemacht. Hi, ich bin Samira. Viktoria auf der steilen, Samira auf der flachen. Wie fühlt es sich an, so? Hat sich Überwindung gekostet? Komm, ich mach mal mit der Kamera hin. Hat sich Überwindung gekostet? Nö, das hat sich Spaß gemacht. So, Moment. Ja, okay, okay, warte. Äh, ja. Sag, ich bin ordentlich und fromm. Bis nach Haus, ich wiederkomme. Ich betrete jetzt die Miroslav-WG. Einmal bitte winken, Leute. Miroslav-WG war für mich so im Rückblick sehr gute Zeit, coole Sachen, die wir gemacht haben. Hallo, mein Hals ist trocken. Gott. Hallo. Mose, schlag ihm auf den Stein, dann wird Wasser kommen. Aber auch die Zeit, wo wir einfach gemeinsam in einer WG zusammen gehockt haben, wo uns mal gechillt oder zusammen irgendwas gelesen haben, drei Fragezeichen gehört, zusammen gekocht haben. Und halt WG-Leben typisch halt, ne? Ja, so sieht bei uns die typische Wäsche, das gehört auch mir. Wäsche-Aktion bei uns aus, alles. Ja, und einfach unsere gemeinsamen Aktionen im Zoo, meinen Geburtstag feiern, war auch cool. Billindas Fotoshooting an ihrem Geburtstag war auch cool. Also die Geburtstage waren auch immer sehr besonders. Wir überreichen Jenny ihr Geschenk, ihr Geburtstagsgeschenk. Drei Tage zu ihr. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Jenny. Happy Birthday to you. Und Blick in die Ferne. Und Blick in die Ferne. Stupid stuff. Wir waren zum Beispiel im Holiday Park, Wasserrafting. Der war noch mal, der war noch mal. Der war noch mal. Der war noch mal. Oh, Jenny schreit noch. Hey, mein Muffel bewegt sich gerade. Das war cool. Ja, zum Schluss möchte ich euch noch wünschen. Ach nein, mach nochmal. Aufgenommen. Und nochmal. Und einen Schritt weiter gehen. Nein. Stampel. Stampel, dass ihr kippt. Und dann auch noch immer mit Ebi nachts irgendwelche Leute zu ärgern oder allgemein Streifen zu spielen. Und da kommt sie. Man hat Jenny Dirk sehr laut schreien gehört. Mach einfach. Das läuft weiter. Ich werde euch alle echt sehr vermissen. Ich habe die Zeit hier echt genossen. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die mir echt sehr am Herzen liegen. die echt, ja, einen großen Teil in meinem Herzen eingenommen haben. Und ja, ich wünsche euch einfach alles Gute für die Zeit einfach noch weiterhin. Bleibt so wie ihr seid. Ja, ich werde euch vermissen. Ja, wie ich sowas liebe. Ja, wie ich sowas liebe. Das folgte Stross kommt hoch zu Ross. Ist der Finger oben, wird man nicht glauben. Zehn Minuten nach der Zeit ist der... Ist die FSA... Nein! Zehn Minuten nach der Zeit ist das FSA plus Gründlichkeit. Vielen Dank.